Schäm dich! Schäm dich! Wie kannst du eine Frau so behandeln? Ich hab's schon gemacht. Ich hab's schon gemacht. Hallo, was soll das hier? Du solltest dich schämen! Ich hab schon alles gemacht. Ich hab mich schon gekümmert. Ich hab mich schon gekümmert. Ich schwöre dir, ich will den schlagen, Alter. Ich kann nicht mehr. Dieser Perverse, Alter. Du Perverse! Verpiss dich hier. Niemand will dich hier, ganz ehrlich. Alter, wie kann man so eklig sein? Ich komm nicht klar. Oh, mein Herz jetzt, ne? Was soll das? Ich hab den grad geschlagen, Schatz. Nein. Nein, ich bitte dich. Die meinten, damit eben einen Denkzettel zu verpassen, aber nicht auf so eine Art. Das muss nicht sein. Ich hab gegen keinen Menschen was, aber der von Anfang an war, der richtig komisch. Ich hab das gemerkt, ne? Der ist pervers, wirklich der ist pervers. Wir haben so ne schöne Villa, so ne schöne Zeit, die wir, glaub ich, nicht noch einmal bekommen werden im Leben, und da find ich, dass das echt, äh, unangebracht ist, das ist, boah. I could have been more honest, babe. Komm mal, nein, Maxi, ich heu, guck mal her. Guck mal her, Alter, ich schlo, das hat er auch nicht erlebt, Alter. Man kann nicht einschlagen, Alter, das geht nicht. Für was? Der ist voll, der weiß, was ich meine. Das geht gar nicht, also ich bin immer noch schockiert, dass man sowas macht, weil ich finde, körperliche Gewalt geht einfach gar nicht. Vielleicht war es ein bisschen zu viel, ich weiß nicht, ich weiß echt nicht. Das geht gar nicht.